Nach dem verkorksten Start des österreichischen Nationalteams in die EM-Qualifikation ist die Ausgangsposition für das ÖFB-Team vor der Partie am Freitag gegen Slowenien klar, ein Sieg muss her. Hier gibt es alle Infos zur Partie und die Übertragungen im TV- und Livestream. Das ÖFB-Team machte bisher zweimal in Testmatches mit Slowenien Bekanntschaft. Am 28. März 1997 verloren die Österreicher in Linz mit 0 zu 2 am 23. März des Vorjahres siegten David, Alaba und Co. Mit 3 zu 0 Österreich, Slowenien, die Aufstellungen Österreich, Lindner, Leiner, Dragovic, Interegger, Ulmer, Leimer, Schlager, Lazzaro, Sabica, Alaba, Anautovic. Slowenien, Oplak, Strojanovic, Mevilja, Struner, Jokic, Kurtik, Biol, Zeitsch, Ilicic, Spura, Zirnigoc. Anmerkung, Kapitän Julian Baumgartlinger fällt wegen einer Fußverletzung aus. Österreich vs. Slowenien, Termin, Ankick, Stadionbegegnung Österreich, Slowenien, Qualifikationsgruppe, Datum 07. Juni 2019, Ankick 20.45 Uhr, Stadion, Wörthersee, Stadion Österreich, Slowenien, Livestream, TV-Sender zur Übertragung der ORF zeigt die EM-Qualifikation live im österreichischen Fernsehen. Ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung in Deutschland, Österreich und der Schweiz überträgt der Online-Streaming-Dienst der ZN die Partie im Livestream. Der ZN zeigt alle Länderspiele aus der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live den Großteil davon exklusiv. Außerdem zeigt der ORF das Länderspiel in der TV-Tech live Österreich gegen Slowenien. Wo gibt's einen Live-Ticker? Spox-Ticker hat alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Slowenien geht's hier entlang. Urheberrecht gepaue Österreich in der EM-Quali, Spielplan und Gegner in Gruppe, Gedatum Heimgast, Spielort, Uhrzeit, Ergebnis 21. März 2019 Österreich Polen Wien, Häppelstadion 0 zu 124, März 2019 Israel Österreich Haifa 4 zu 207, Juni 2019 Österreich Slowenien klagen vor 20.45 Uhr 10. Juni 2019 Mazedonien Österreich Skopje 20.45 Uhr 6. September 2019 Österreich Lettland Salzburg 20.45 Uhr 9. September 2019 Polen Österreich Bad 20.45 Uhr 10. Oktober 2019 Österreich Israel Bad 20.45 Uhr 13. Oktober 2019 Slowenien Österreich Bad 20.45 Uhr 16. November 2019 Österreich Mazedonien Bad 20.45 Uhr 19. November 2019 Lettland Österreich Bad 20.45 Uhr Europchef Windner fordert Punkte gegen Slowenien nach den Auftakt Niederlagen gegen Polen und Israel gilt es am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien und am darauffolgenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien Erfolgserlebnisse einzufahren, um die Chance auf die Teilnahme an der Euro 2020 zu wahren. Daher sind die Erwartungen von ÖFB-Präsident Leo Windner groß, die Konstellation ist klar, wir müssen punkten, sagte der Oberösterreicher der APA. Auf eine genaue Vorgabe, was die Zähleausbeute betrifft, wollte sich der Verbandchef allerdings nicht festlegen. Wir stellen keine Rechenspiele an, wir können in dieser Situation nur von Spiel zu Spiel denken. Jetzt liegt einmal die ganze Konzentration auf dem Slowenien-Match. Punkt. Das wird sicher schwer, weil der Gegner durchaus über Qualität verfügt. Let's block it's. Why?